Hallihallo, heute habe ich ein Video zum Thema Hühner für euch. Wir haben jetzt nämlich seit ein paar Wochen Hühner bekommen. Ich wollte euch einfach zeigen, wie unser Stall aussieht, wie wir den gebaut haben und wo wir die Hühner her haben. Falls euch das mehr interessiert, lasst mir auch gerne einen Kommentar da, dann kann ich gerne noch öfter Videos dazu machen. Und bei mir auf meiner Instagram-Seite seht ihr oft meine Storys, was die Hühner so treiben den ganzen Tag. Und ja, ich verlinke euch das gerne mal in der Infobox. Apropos, wo wir die Hühner her haben, wir haben die Hühner von Zozajag aus Duisburg. Vielleicht sagt euch das was. Die haben auch einen YouTube-Kanal. Das ist die größte Tierhandlung der Welt und die haben eben eine super Tierhaltung, deswegen wollten wir die unbedingt von dort. Und weil wir auch ein paar außergewöhnlichere Rassen sehen wollten, wie ihr dann später sehen werdet. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Hallihallo, ich zeige euch jetzt mal das Hühnerhäuschen. Ich bin bei dem wunderschönen Wetter heute noch dabei, das ist ein zweites Mal zu streichen. Ja, wenn alles klappt, wollen wir nächste Woche nämlich die Hühner holen und Nero fangen gerade Mäuse im Garten. Genau, ich zeige euch jetzt einfach schon mal, wie das aussieht. Also so sieht es aktuell aus. Wir haben uns dafür entschieden, nicht so ein typisches Hühnerhaus zu nehmen, sondern es ist eigentlich ein Kinderspielhaus. Aber wir fanden es cooler, weil es eben auch hohe Decken gibt und man selber drin stehen kann. Und dann ist es passenderweise auch noch gleich mit sozusagen einem Unterstand. Dann machen wir unten drunter Sand und dann können die Hühner da drin ein bisschen buddeln. So, also wir hatten das schon im Herbst letzten Jahres gestrichen, da wollten wir eigentlich schon die Hühner holen. Aber jetzt haben wir aufs Frühjahr gewartet. Jetzt tue ich alles nochmal ein zweites Mal streichen. Hier haben wir einfach so eine Lasur. Und ja, let's go! Hallo, morgen ist es endlich soweit und wir holen die Hühner. Leider hatten wir jetzt die letzten zwei Tage viel Sturm. Bei uns ist oben auf dem Dach die Dachpappe abgegangen. Die müssen wir jetzt nochmal festmachen und wir haben gesehen, innen kam jetzt auch Feuchtigkeit rein. Deswegen lasieren wir nochmal alles von innen. Dann steht heute noch auf dem Plan, den Boden auszulegen mit einer Folie, damit es einfach hygienischer ist. Und dann einen Einstau rein, die Nistboxen rein, die Tür noch befestigen und der Zaun muss nochmal verstärkt werden, weil die Hühner noch so klein sind, wenn wir sie bekommen und wir haben Angst, dass sie vielleicht dann doch ausbüxen können. Deswegen verstärken wir nochmal den Zaun. Jawohl. Aber wir haben immerhin Glück mit dem Wetter. Es war angekündigt, dass es viel regnet, aber aktuell haben wir strahlender Sonnenschein. Deswegen let's go. Da muss immer dabei sein. Genau, hier ist ein Plätzchen. Und wir machen mal weiter. Nicht für dich. So, Nero hilft beim Sandverteilen. Super, Nero. Jawohl. Hey, 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 der soll drin bleiben. Nero. Nero. Wir sind vor ein paar Minuten losgefahren. Und wie ihr sehen könnt, sind es über 300 Kilometer. Wenn alles gut läuft, sind wir sogar schon um eins dort. Und ja, richtig rollen wir uns. So, wie nass in dem Auto. Eine Kattung hinten, einer steht hier vorne. Und jetzt geht's heim. Nach circa so dreieinhalb Stunden sind wir dann zu Hause angekommen. Und die Hühner waren echt müde. Wie man gemerkt hat, haben sie sich kaum bewegt und haben sich auch ganz einfach raussetzen lassen. Wir waren dann noch kurz bei ihnen gesessen und haben sie dann in Ruhe schlafen lassen. Da wir uns zu uns sicher sind, ob die Hühner durch die Löcher hier kommen, weil sie noch relativ jung sind, haben wir jetzt hier nochmal eine kleine Masche hier an Draht. Und den gehe ich jetzt nochmal komplett den Zaun entlang aus und rum. Und dann dürfen sie auch endlich raus. Während ich dann hier am Zaun gearbeitet habe, habe ich schon mal das Türchen aufgemacht, weil ich hatte sie ja immer im Blick und konnte sehen, was sie so treiben. Und ja, ich war gespannt, wer sich als erstes raustraut. Hier sieht man jetzt die Kala. Die war von Anfang an schon sehr mutig, aber ist nicht die erste gewesen, die rauskam. Heute trauen sie sich schon mehr raus. Unser Hahn sitzt hier unten schon seit einer Stunde. Vielleicht muss ich ihn wieder reinholen. Mal gucken. Und die anderen sitzen alle hier oben. Hallo. Hallöchen. Bip, bip, bip. Hallo. An Tag 3 haben sie sich dann eigentlich auch alle rausgetraut, aber nie weit vom Stall entfernt. Von Anfang an waren auch alle recht zutraulich. Klar, die einen mehr, die anderen weniger. Aber sogar der Hahn, den man hier sieht, ist immer sehr neugierig gewesen. Endlich ist alles fertig. Wir haben jetzt die automatische Hühnerklappe eingebaut. Die läuft dann über dem Dach mit Solar und geht dann morgens automatisch auf und abends automatisch wieder zu. Ich wollte euch unsere Hühner noch namentlich vorstellen. Und zwar ist das Grau-Weiße hier die Emma. Und deshalb haben wir die Paula, das sind beides Brahma-Hühner. Dann haben wir hier die Klara, das ist ein normales Legehohn. Dann kommt auch schon unseren Hahn. Der Jean-Claude. Das ist auch ein Brahma-Hohn, wie man hier an den piederten Beinen erkennen kann. Aber der wird noch deutlich größer. Dann kommt hier ein schwedisches Blumenhuhn. Das ist die Rosi. Die ist richtig frech, die Rosi. Gell? Also die wachsen alle noch sehr viel, die sind alle noch jung. So, hier nochmal vorne die Rosi. Und hinten auch ein schwedisches Blumenhuhn in aber schwarz-weißer. Das ist die Agathe, genau. Hier vorne ein Brahma, die Isolde. Und wo ist unsere Frida? Die muss ich nicht suchen. Frida sitzt in der Legebox. Frida ist auch ein normales Legehohn, aber die ist bisher am zutraulichsten. Ich zeige euch jetzt mal noch den Stall. Achtung. Wir haben hier zwei Stangen drin. Und bisher noch zwei Legeboxen, aber wir machen da noch eine dazu, dass sie wirklich genug haben. Und genau. Hier haben sie ihr Futter immer drin. Das macht man dann oben rein. Oh, fast leer. Und dann kann man das nämlich auch draußen hinstellen. Wir haben es jetzt nur noch hier oben stehen, weil die Kleinen sich bis heute Morgen noch nicht rausgetraut hatten. Und hier noch fürs Wasser. Die Isolde dringt. Das ist übrigens der ganze Auslauf von den Hühnern. Also ich glaube es sind so 25 oder 26 Meter auf 4 Meter. Genau. Also eigentlich haben sie genug Platz. Natürlich folgt dann demnächst noch irgendwelche Versteckmöglichkeiten und so. Und hier müssen wir noch ein bisschen das Holz wegräumen vom Schuppen. Aber für den Anfang genügt es auf jeden Fall schon mal. Achtung. Hier wie man sieht, den Salat haben sie noch nicht wirklich angerührt. Ich glaube das kennen sie noch nicht. Mal gucken, wann sie auf den Geschmack kommen. Und hier hinten an dem Hühnerstall haben wir dann nochmal einen Komposthaufen zum Scharren. Die Klara ist auch richtig mutig, hat überhaupt nicht Angst vor den Hunden. Jean-Claude guckt auch. Hm, ihr zwei? Hey! Wir haben uns dann noch extra Mehlwürmer gekauft, weil die lieben sie. Und so kann man sie hoffentlich handsam bekommen. Ähm, der Schwarze ist der Hahn. Der tut auch echt manchmal weh. Der zwickt. Aber die Adenine ist echt sanft. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Und zum Abschluss wollte ich euch gerne noch unser erstes Ei einblenden. Ich zeige es euch jetzt mal hier auf dem Bild. Ähm, ja es ist wirklich noch, war wirklich so klein. Aber wir haben uns total gefreut. Und jetzt haben wir auch fast jeden Tag ein Ei drin gehabt. Ähm, ich bin gespannt wann die anderen Hühner auch welche legen. Die Kleinen sind jetzt erst so gute vier Monate alt. Deswegen, die können jetzt so langsam anfangen auch Ei zu legen. Und ja, lasst mich auch gerne wissen ob ihr Hühner habt. Und wie ihr zu Hühner steht, finden wir sie auch so sympathisch wie wir. Ähm, ja. Also dann, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.